Herzlich Willkommen zum Weihnachts-Yoga mit mir, am 22. Dezember. Was ihr gerade gesehen habt, war die schnell abbrennende Adventskerze. Nun folgt der halbseits geschmückte Tannenbaum. Schön in den Bauch atmen, schön in die Streckung gehen und eigentlich zehn Minuten halten. Wir kürzen jetzt ab auf zwei Sekunden. Die andere Seite, dasselbe. Und wieder abgekürzt. Nun folgt die Pyramide. Nicht zu verwechseln mit dem Erzgebirtschen Schwippbogen. Er ist nämlich halb rund. Hierbei ist zu bedenken, dem Hintern gen Himmel strecken die Brust, gen Boden, den Blick zu den Händen richtend und die Fersen auf dem Boden halten. Auch das ziehen wir zehn Minuten, auch jetzt hier wieder abgekürzt. Denn wir kommen zur nächsten, letzten und schönsten Übung, dem Truthahn auf dem Bauch. Ihr war es zu beachten, dass man nicht einschläft, bevor der Braten fertig gebraten wurde. Ja, soviel dazu wünscht euch ich am 22. Dezember und ich wünsche noch ein sinnliches Großes Fest.